So, willkommen zurück zum dritten Teil. Den dritten Teil habe ich jetzt nachträglich eingefügt, da der Downgrade nicht mehr rein mit Hilfe von Tiny Umbrella und dem TSS-Server möglich ist, sondern man müssen die IPSW-File, also die Firmware-Datei von Apple mit den SH-SH-Blobs stitchen, nennt sich das. Das heißt wir integrieren die SH-Blobs in die Apple-Firmware. Ohne das geht es leider nicht mehr. Also dazu öffnen wir jetzt einfach noch mal Redsnow, welches wir aus dem Tutorial heruntergeladen haben. Ganz wichtig wieder Rechtsklick als Administrator ausführen. Sicherheitsabfrage bestätigen. So, hier im Fenster gehen wir jetzt auf Extras und auf SH-SH-Blobs. Ganz unten steht Stitch. Wir möchten hier nicht irgendwelche Blobs von Südia rollen oder verifizieren oder sowas. Interessiert uns alles nicht. Wir gehen auf Stitch. Wir können jetzt hier die IPSW-File lokalisieren, wo wir die gespeichert haben. Ich habe die abgelegt. Ich glaube hier genau richtig. Da ist die Datei, die ihr jetzt hier aus dem Thread, aus dem Artikel heruntergeladen habt von unserer Anleitung. Wählt die aus. Geht auf Öffnen. Als nächstes lokalisieren wir unsere SH-SH-Files. Die werden standardmäßig in euren eigenen Dateien unter .shsh abgelegt von Tiny Umbrella. Ganz wichtig. Ihr braucht jetzt die SH-SH-Blobs von 5.0.1. Wählt das richtige aus. Also für das 3GS ist es iPhone 2.1. Das ist die hier. Das hier ist von meinem iPhone 4s. Müsste es wahrscheinlich sein. Oder ein iPhone 4. Könnte auch von einem Kollegen sein. Oder sowas. So öffnen. So. Jetzt wird unsere Firmware auch schon bearbeitet. Von Red Snow. Der Stitch steht jetzt im Prinzip die Blobs. Und fügt die da hinein. Je nach Rechner kann das ein bisschen länger dauern. Ein bisschen kürzer. Einfach ein bisschen geduldig sein. So. Nach Fertigstellung der IPSW mit den integrierten SH-SH-Files erhaltet ihr diese Bestätigungsnachricht. Klickt auf OK. Auf Cancel. So. Anschließend habt ihr jetzt eine neue IPSW-File. Die wird im gleichen Ordner angelegt, in der eure Original-Firmware liegt. Ihr seht, die unterscheidet sich nur minimal. Ganz wichtig. Ihr müsst jetzt bei iTunes, bei der Wiederherstellung, die IPSW-File nehmen, die Red Snow erstellt hat. Sonst funktioniert der Wiederherstellungsvorgang nicht. Sonst gibt es einen Fehler. So. Als nächstes stellen wir unser iPhone mit Hilfe von iTunes wieder her. Euer iPhone muss natürlich im Pound-DFu-Mode sein. Das habt ihr im letzten Video gesehen, wie das funktioniert. Wir öffnen jetzt als erstes iTunes. iTunes wird ein iPhone im Wartungsmodus erkennen. Bestätigt die Meldung mit OK. So. Ganz wichtig. Klickt hier in der linken Leiste auf iPhone. Hier seht ihr Wiederherstellen. Ganz wichtig. Mit gehaltener Shift-Taste auf Wiederherstellen drücken, damit wir unsere eigene IPSW-File auswählen können. Und iTunes nicht mit einer originalen Apple-Firmware updatet. Wir wählen jetzt natürlich die iPhone-Firmware aus, die wir gestitcht haben mit den SHSH-Blobs. Das ist in dem Fall diese hier. Einmal markieren, auf Öffnen drücken. Ich breche den Vorgang hier jetzt an dieser Stelle gestimmt ab. Mein iPhone ist nämlich schon auf iOS 5.1 mit Untethered J-Break. Möchte ich jetzt ungern zurücksetzen. Bei euch wird der Vorgang in etwa 10 Minuten dauern. Danach habt ihr ein iPhone mit iOS 5.0.1 und könnt den Untethered J-Break durchführen. Die Anleitung findet ihr im Artikel von uns natürlich. Ich würde mich natürlich über ein Like auf Facebook freuen und bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.